Oh, das wird eine Nabel geben. Die scannen? Wem hatten wir doch letztens schon? Oh, das ist ein Ding. Ah, wo fliegt sie? Das ist wieder da. Ah. Geschafft! Ab nach unten! Du kommst jetzt mit! Okay, ich hole mir die Drohnendaten. 1 Pool 398 Eli hat die Überwachungsdrohne entdeckt. Hä? Ne. Ich will nicht sehen! Ist das ja lustig, wenn das ist. Jetzt kann ich den blöden Eindruck suchen. Jetzt haben wir schon. Kann man die gleich malen als Gildwiesen markieren. Hm. Damals 30 Jahre später. Hm. Aber sie, sie. Hm. Da sind die drin, oder? Ja. Modul 398 Überwachungsdrohne. Ein Datenmodul geborgen aus einer Überwachungsdrohne im Sitz der Wächter. Bevorher ein kompliziertes Gerät. Blablabla. So, dann haben wir Biografien. Mal gucken. Morlund. Als Morlund noch ein Kind im Oseram-Gebiet des Anrechts war, schenkte ihm sein Großvater ein altes Artefakt, was er auf einer Expedition und den unerforschten Verboten im Westen gefunden hatte. Er nannte es einen Glimmer. Und die wundersamen Bilder, die dieser projizierte, regten Morlunds Fantasie an. Morlund wuchs heran und wurde ein reisender Künstler, der mit seinen originellen Erfindungen große Bühnenspektakel im ganzen Land aufführte. Auf den Spuren seines Großvaters reiste er später in dieselbe versunkene Stadt, die dieser im verbotenen Westen erkundet hatte, begleitet von seinen beiden Freunden und Geschäftspartnern Abadond und Stemur. Ihr Ziel war, mehr Glimmer zu finden und damit eine grandiose Darbietung zu veranstalten. Doch nachdem mehrere Glimmersuchen in einer Katastrophe geendet waren, schien dieser Traum in weite Ferne gerückt zu sein. Die sichere Lage plötzlich zum Besseren wendete. Ja, aber wir kamen. Wir erinnern uns, Las Vegas. Und Alva. Alva aus der letzten Aufnahme vom Montag. Quen-Wahrsagerin. Alva ist ein einfühlsames, wissbegieriges und äußerst kluges Mitglied des Quen-Stammes. Als Wahrsagerin gehört sie zu den wenigen Auserwählten, denen ein Fokus überlassen wurde, allerdings ein fehlerhaftes veraltetes Modell, um auf die Geheimnisse der alten Welt zuzugreifen. Sie hat ihr Leben dem Studium dieses Vermächtnisses gewidmet, um es dem Volk der Quen zu ermöglichen, vom technischen Wissen ihrer Ahnen den alten zu profitieren. Als es durch den Abbau der Biosphäre im Land der Quen zu einer Hungersnot kam, suchten die Wahrsager in ihren Aufzeichnungen nach einer Lösung. Diese Suche führte dazu, dass der Stamm eine große Schiffsflotte über den Pazifischen Ozean nach San Francisco schickte, das sie für einen Verbindungspunkt zu bedeutenden Ahnen hielten. Alva nahm an dieser Expedition teil, die sowohl auf See als auch am Zielort in schwere Notlagen geriet. Obwohl sie einige kleine Datenfunde machten, drohte die Expedition zu scheitern und konnte keinerlei Geheimnisse enthüllen, die ihrem Stamm helfen konnten. Doch dann begegnete Alva Aloy, die ihrem Volk neue Hoffnung brachte. Oh, da war noch ein Amadis. Den hatten wir ja gerade eben. Amadis Katscha Fallensteller Amadis ist ein geschickter Jäger und Fallensteller, der zur Zeit der roten Raubzüge als naiver junger Katscha-Adliger der Armee des verrückten Sonnenkönigs beitrat. Da wurde er im verbotenen Westen stationiert, wo ihm die Grausamkeit und das Blut vergießen, was die Katscha unter den dort ansässigen Stämmen anrichteten, weil alle Illusionen raubten. Und damit war er nicht allein. Nessa, eine Frau, die sich als Mann ausgegeben hatte, um der Katscha-Armee beitreten zu können, half ihm heimlich dabei, die Unschuldigen von ihren Soldatenkameraden zu beschützen, was ja Amadis Dankbarkeit und Liebe einbrachte. Leider kam es zu einer Tragödie, als Amadis versuchte, Nessa's Trupp in der Schlacht der brennenden Blüten vor dem Tenak zu beschützen. Er scheiterte. Und noch dazu war er gezwungen, seinen Kommandanten in Notwehr zu töten, was ihn zum Flüchtigen machte. Einige Jahre später traf er Talana, den Sonnenhabig der Jägerloge. Gemeinsam retteten sie ihren Katscha-Dorf vor gefährlichen Maschinen. Inspiriert von der Geschichte, wie Talana das Andenken ihrer Familie geehrt hatte, entschied er sich, wieder in den verbotenen Westen zu reisen und endgültig mit Nessas Schicksal abzuschließen. Das haben wir ja gesehen, was daraus kam. So, vier Stück fehlen noch. So, das sind jetzt alles nur weitere Varianten. Oh, eine Maschine? Nein, zwei fehlen ja auch noch. Sonsten haben wir alle. Jetzt. Hast du es doch hier mal. Weck machen, dass ich hier auch sehe, wenn es da was Neues gibt. Oh. Das ist ja mal nervig. Was? Oh, come on. Wie viel denn noch? Noch übertreiben, ne? Halt, da war ich zu früh. Halt, da war ich zu früh. Da war ich zu früh. Dass nicht. Warte. Ich hab gestern Switch gespielt. Ein bisschen. Komm. Warte. Warte. Komm. Warte. So, La Queste, die machen wir dann mal nebenbei, können wir vorbeilaufen. Hast du schon gestartet? Hättest du mal vorher gesagt, jetzt war ich langsam. War doch hier gerade am Dudeltun, Mensch. Hier haben wir auch schon wieder welche, 12 Stück. So, was haben wir denn hier, angetriebener Stachel? Na komm, machen wir einfach mal. Haben wir denn hier Teilebrecher? Haben wir noch 7. Den Maxen mal doch gleich mal, oder? Haben wir hier noch Maschinenelement Plus. Und dann haben wir nichts mehr. Da vorne haben wir noch was. Ob die Scheiße. Jetzt. Ich bin halt einer, ich kann sowas nicht leiden, wenn dann Teukas neu markiert wird. So, Hexte, kurz AFK, alles klar. So, wie schmeckt's Bier? Ich habe heute eine Frau auf Youtubers mitbekommen, die hat da geguckt, wie ein Bier gemacht wird. So, wegen so deutsches Reinheitsgebot, dass das schon lange nicht mehr gilt. Beziehungsweise so ausgehebelt wird. Eigentlich eigentlich keine Pepperlinge, äh, dran. So, genau. Wir haben schon noch im Nebel. Genau, wir müssen da, wir suchen, äh, Papa. So, das kann man nicht mitnehmen. Hat der vielleicht irgendwie, äh, wenn der auf seine Tochter, ja, er hat sie ja angeguckt, als würde er sie nicht kennen. Vielleicht Gemento oder so. Kipp hoch. Halt, was war hier? Nein. So, jetzt kommen wir hoch. Ich habe mal gespannt, was da, als bei rumkommt. Ich bin da, oh. Ich bin da, oh. Ich bin da, oh. Und keine Echo-Hülsen mehr. Das ist sehr, oh. Mal hier hoch. Stimmt, den hatten wir ja, ne? Genau, den haben wir beim letzten Mal gekriegt, hier. Wo hat denn der seinen Lager? Was soll ich nehmen hier? Material verfallen. Garoka hat sich auf eine Jagd vorbereitet. Ein Gefäß mit Öl, umgestoßen, vielleicht als Garoka und Venira gekämpft haben. Garoka-Blut. Bestimmt von Venira, als ihr Vater sie verletzte. Mal sie, wohin sie führen? So, dann folgen wir mal. Okay, aber hier brauchen wir noch. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass gleich ein Kampf auf uns zukommt. Da dächt' ich sehr wenige Hälpflanzen hier gerade. Da haben wir eine. Ein Krallenschreiter. Und viele Fallen. Wir haben nur auf einen Shot. Das muss Garoka sein. Ich helfe ihm lieber. Eine Fremde. Mal sehen, was du kannst. Ah. Junge, bleib mal da, du. Das tue aber aus, ne? Danke für die Hilfe, Jägerin. Komm. Wir reden. Erst looten. Gut, ein Tochter, ja. Du kämpfst wie eine Tinakt. Gehörst aber nicht zu uns. Wie ist dein Name, Fremde? Aloy. Du musst Garoka sein. Venira hat mich geschickt. Sie erholt sich im Dorf von einer Verletzung aus eurem Kampf. Dann ist sie in guten Händen. Komm. Wir müssen aufbrechen. Tief im Wald ist noch ein Trupp. Er läuft in einen Hinterhalt. Von wem? Rebellen? Wenn du sie so nennen willst. Elender Abschaum. Wie auch immer. Ich könnte deinen Speer brauchen. Was meinst du? Schön. Wo ist der Trupp? Hier lang. Alles gut. Weil erst looten. Durch die Kiste. Den nehmen wir mit. Nicht hier. Ganz langsam. Bevor ich wieder rein renne. Oh, da haben wir noch Heilkräuterlis. Die nehmen wir mal mit. Wir sind schneller, wenn wir durch die Wächter gehen. Woher weißt du von dem Angriff? Wir beobachten den Feind auf dem Gebirgspass. Sie versuchen seit Jahren unser Gebiet einzunehmen. Das ist bloß der jüngste Versuch. Seit Jahren? Regalas Rebellion ist nicht so alt. Hier stimmt etwas nicht. Hm? Hector Alt! Der Himmelsclan hat uns entdeckt! Wer? Nein, doch nicht. Wir schauen! Ja, wo ist er denn? Au! Au! Uuuuuh, Moment! Lörg, Augenpflege betreiben. Sie schämen gerade. All klar. Ich versuche mich derweil nicht fressen zu lassen. Und eventuell ein bisschen weniger daneben zu schießen. Au! Geh jetzt aber! Geh jetzt aber auf die Nüsse, du Mistviech! Du Sack! Ich war so sicher, es wären... Egal. Wir müssen zu dem Trupp. Alles klar. Ganz bei sich. Das sieht nicht gut aus. Spiel jetzt. Wir sind fast da. Her, Trupp! Wir... Was? Nein. Mein altes Denkmal. Für gefallene Soldaten. Ich schätze, wir sind mehr als nur zu spät. Wollen wir mal. Ich verstehe... Garoka. Wer bist du, Fremde? Wo erkennst du meinen Namen? Ich bin Aloy. Fenira hat mich geschickt. Du erinnerst dich sicher nicht, was geschehen ist? Ich ging wieder fort, oder? Warum sind wir hier? Du sagtest, hier sei ein Trupp, der in einen Hinterhalt läuft. Das ist hier passiert, nicht wahr? Vor langer Zeit. Ja, mein Trupp. Der Himmelsklan überfiel uns, schlachtete alle ab. Es muss jetzt... 30 Jahre her sein. Fenira glaubt, du schleifst dich zum Jagen in den Wald. Doch du kehrst hierher zurück. Ich muss dir leider etwas sagen, Garoka. Sie ist verletzt. Schwer. Sie hat versucht, dich aufzuhalten. Ich tat ihr weh? Aber ich würde nie... Nein! Alles ist... Wie ein Nebel. Es ist, als würde ich die ganze Zeit hindurch... Irren. Mein Schwert fremd in meiner Hand. Und wenn er aufklart, weiß ich nicht mehr, was ich getan habe oder wieso. Immer bin ich... ...allein im Wald. Wie lange ist das schon so? Der Nebel. Wochen. Monate vielleicht. Erst dachte ich, es vergeht wieder, so wie... Erinnerungslücken manchmal auch. Dann sind Namen und Gesichter... ...verschwommen. Und ich fand mich öfter im Wald wieder. Ohne zu wissen wieso. Wieso hast du Fenira nichts gesagt? Was hätte ich sagen sollen? Dass mein Gehirn ausfranst? Wie ein altes Tau? Nein! Und was hat es dir eingebracht? Sie weiß noch nicht mal, wieso du sie verletzt hast. Hinterhalt. Der Himmelsklan überfiel deinen Trupp damals also. Wir hatten unsere Patrouille fast beendet. Und wollten zurück ins Dorf. Als sie angriffen. Nur ich überlebte. Als meine Wunden vernarbten, kam ich zurück und erbaute ein Denkmal für meine Kameraden. Und dann streckte ich aus Rache doppelt so viele ihrer Soldaten nieder. So waren die Klankriege. Klankriege? Kennen wir ja schon, aber... Vorhin sagtest du, der Feind versuche seit Jahren das Tieflandgebiet einzunehmen. Das war wohl während der Klankriege. Bevor Hecaro Häuptling wurde, lagen unsere Clans ständig im Krieg. Wir kämpften um jedes Stück dieses Waldes. Das zerstörte Dorf nicht weit von hier erinnert daran. Wie viele Soldaten auch fielen. Immer wartete schon der nächste Rachefeldzug. Es heißt, darum wäre das Holz der Wächter so rot. Wegen des generationenlangen Blutvergießens. Wir sollten umkehren. Wir sollten ins Dorf zurückkehren. Warte. Das Denkmal. Da fehlt ein Stück. Ein Metallzeichen. Aus den Klingen meiner gefallenen Kameraden. Wo ist es? Es muss hier irgendwo sein. Ich muss es finden. Ich weiß. Ich weiß, es ist... Hey, ganz ruhig. Ich sehe mich mal um. Okay. Fokus, du, du, du. Ich kenne das Denkmal mit meinem Fokus. Spuren, die vom Denkmal wegführen. Geh voraus. Hat da wer was geklaut? Oder war das irgendein Tier? Das ist der Clown, oder? Komm. Kletterkiefer. Vielleicht haben die das Zeichen. Elende, Asgeier. Ich folge dir. Ah, Löschwasser. Haben wir hier irgendwo Löschwasser. Das Löschwasser. Nee, das ist das Eis, oder? Frostladungen. Das krank. Okay. 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 Okay.